Nimm mal die Ronja rein. Hi Drache, ich bin's. Ich wollte dich einfach mal fragen, ob Master Jam und ich vielleicht mit Summer Breeze reden sollen und dir auch eine VIP-Karte besorgen können. Wäre doch voll cool, oder? Klar, Regenbogen. Ich bin ja darauf angewiesen, dass ein YouTuber, der wesentlich kleiner ist als ich und dümmer ist als ich, also Master Jam und ich... Glaubt ihr ernsthaft, dass ich so dumm bin?